Vor etwa 9 Monaten habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich über die besten Reservemannschaften aller Zeiten gesprochen habe. Mit über 45.000 Aufrufen kam das Video ziemlich gut an, deshalb fühle ich mich heute dazu verpflichtet, euch endlich den langersehnten zweiten Teil zu liefern. Aber dieses Mal wird es etwas anders sein. Statt euch erneut 10 Reservemannschaften zu präsentieren, die ich im letzten Video nicht aufgelistet habe, habe ich mir etwas Kreativeres überlegt. Heute geht es um 8 Reserveteams, die es auf unglaubliche Weise geschafft haben, gegen ihre eigene erste Mannschaft anzutreten. Manche hatten sogar Erfolg. Und nein, ich rede nicht von Freundschafts- oder Testspielen, sondern von echten Pflichtspielen, bei denen es um etwas ging. In diesem heutigen Video geht es um 8 Fußballvereine, die gegen sich selbst gespielt haben. Bevor ihr euch diese Topliste anschaut, würde ich euch empfehlen, erstmal das andere Video zu gucken, damit ihr besser im Thema drin seid. Zusätzlich würde ich euch raten, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video wie dieses hier zu verpassen. Nummer 8 FC Schönberg 95-2-2003 Der FC Schönberg 95 ist ein Nordwest-Mecklenburgischer Fußballverein, der 2015, 2016 und 2016, 2017 in der Regionalliga gespielt hat. Aktuell befindet sich der Verein in der MV Verbandsliga, die sechsthöchste Spielklasse des Landes und steht dort nach 24 Spieltagen auf Platz 4. Der Verein qualifizierte sich mehrmals für den DFB-Pokal und gewann unzählige Male den MV-Landespokal. 2002-03 erreichte der Verein zum fünften Mal in Folge das Landespokalfinale und schrieb damit Geschichte. Nicht wegen der langen Serie an Final-Teilnahmen, sondern weil es Schönberg geschafft hat, nicht nur mit der ersten, sondern auch mit der zweiten Mannschaft im Finale zu stehen. Am Ende verlor tatsächlich die erste Mannschaft gegen die zweite Mannschaft mit 2-1, so wurde die Reservemannschaft von Schönberg MV-Landespokalsieger und wäre damit für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert gewesen. Allerdings nahm anstatt der eigentlich qualifizierten zweiten Mannschaft die erste Mannschaft am DFB-Pokal 2003-04 teil, verloren in der ersten Pokalrunde gegen Borussia Mönchengladbach 0-3. Siebenmal nahm der FC Schönberg 95 insgesamt am deutschen Fußballpokal teil und ist in der ewigen Tabelle des Wettbewerbs die schlechteste aller Zeiten. Nummer 7. FC Ilves Tampere II 2022 Tampere Yuen Ilves ist ein 1931 gegründeter finnischer Sportverein aus Tampere. Mit insgesamt 16 finnischen Meisterschaften und dem Erreichen des Finale des Europapokals 1967 gehört der Klub zu einer der größten in Finnland. Neben dem Eishockey hat der Verein auch eine starke Fußballabteilung. Die erste Mannschaft des FC Ilves Tampere spielt derzeit in der finnischen ersten Liga und belegt dort aktuell den siebten Platz. Der Verein holte insgesamt einmal die finnische Meisterschaft, dreimal den finnischen Pokal und schaffte 1991-92 die zweite Runde des Europapokals der Pokalsieger. Im Jahr 2022 traf der FC Ilves im finnischen Pokal in der vierten Runde auf die zweite Mannschaft des Vereins. Obwohl die zweite Mannschaft in der dritten finnischen Liga spielt, konnten sie sich überraschend gegen den großen Mutterklub behaupten. Max Minkinen brachte die zweite Mannschaft in Führung, aber Ariel Engelkamp glich in der 59. Spielminute für die erste Mannschaft aus. Sechs Minuten nach der regulären Spielzeit erzielte Huchtanen das entscheidende Tor zum 2 zu 1. Die Reservemannschaft des FC Ilves gewann gegen das Original und zog in die nächste Runde ein. In der fünften Runde des finnischen Pokals traf die zweite Mannschaft des FC Ilves auf den Erstligaklub AC Olu und musste dort eine 4 zu 0 Niederlage hinnehmen. Aber nicht nur der FC Ilves musste gegen die eigene zweite Mannschaft antreten, sondern auch der FC Interturku. Das Spiel endete mit einem deutlichen 10 zu 0 für Interturkus erste Mannschaft. Diese beiden Begegnungen waren nicht die einzigen Kuriositäten am finnischen Pokal 2022, sondern die Teilnahme von Sexy Pöxt und FC Kiff 08 Helsinki. Nummer 6. FC Dynamo 2 Bucharest 2017 Der FC Dynamo Bucharest ist ein rumänischer Fußballverein, der zwar aktuell in der zweiten rumänischen Liga spielt, der aber mit 18 Meisterschaften 13 Pokalsiegen zu den besten des Landes gehört. Eine interessante Situation ergab sich, als die erste Mannschaft von Dynamo noch erstklassig spielte, während sich die zweite Mannschaft in der dritthöchsten Spielklasse Rumäniens befand. In der Saison 2016-17 qualifizierte sich der FC Dynamo 2 für den rumänischen Pokal, wo die zweite Mannschaft relativ weit kam, bis man in der Runde der letzten 32 auf die eigene Mannschaft stieß. Das Spiel war zwar eng, aber im Gegensatz zu Ilves verlor die zweite Mannschaft von Dynamo Bucharest das Aufeinandertreffen 2 zu 1. Die erste Mannschaft von Dynamo kam bis ins Viertelfinale, ehe man gegen Universitatia Craiova aus dem Wettbewerb ausschied. Die Reservemannschaft gibt es so heute nicht mehr, denn diese wurde 2022 offiziell aufgelöst. Nummer 5, B36 und HB Torshaven 2 1948 B36 und HB sind zwei erfolgreiche Fußballvereine von den Föreurinseln, die in der Hauptstadt Torshaven beheimatet sind. Beide Teams zählen zu den größten Mannschaften auf der kleinen dänischen Inselgruppe und spielen aktuell erstklassig. Nicht nur die erste Mannschaft von HB und B36 haben sich auf der Insel Einnahmen gemacht, sondern auch ihre Reserve. Sowohl B36-2 als auch HB Torshaven 2 haben bereits in der höchsten Föreurischen Spielklasse gekickt. Im Jahr 1948 spielte HB 36 Torshaven 2 in der ersten Liga und traf dort auf die eigene erste Mannschaft, verlor dieses allerdings mit 11 zu 0. Auch HB Torshaven spielte 1948 in der ersten Liga und verlor im Aufeinandertreffen gegen die erste Mannschaft das Spiel mit 6 zu 1. Während sich die Reservemannschaft von B36 aus dem Wettbewerb zurückzog, spielte HB 2 auch in der folgenden Saison weiter in Erstklassik. Im Jahr 1949 traf HB Torshaven 2 erneut auf den Hauptverein und verlor dieses mit 0 zu 3. Am Ende der Saison belegten sie den vorletzten Platz. Nach dieser Spielzeit zog sich auch die Reservemannschaft von HB Torshaven zurück und somit blieb es bei den zwei Spielzeiten in der ersten Föreurischen Liga. Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgarts ist vielen sicherlich noch ein Begriff. Zwischen 2008 und 2016 spielten die VfB Amateure ununterbrochen in der dritten Liga. Zu dieser Zeit nahm der Verein regelmäßig am DFB Pokal teil, als es noch für Reservemannschaften möglich war. In der Saison 2000-2001 sorgten die VfB Amateure für Aufsehen, als sie den Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit einem deutlichen 6 zu 1 Sieg fertig machten. In der zweiten Runde des Pokals trafen sie dann, wie der Zufall es will, auf die erste Mannschaft und verlor gegen diese 0 zu 3. Dieses Spiel zwischen der Reserve und der ersten Mannschaft von VfB wurde als ziemlich langweilig empfunden, da Zweikämpfe vermieden wurden, um die eigenen Spieler nicht zu verletzen. Laut Kritikern hatte es eher den Charakter eines Freundschaftsspiels als ein packendes DFB-Pokal-Duells. Nummer 3. Sparta Prag B Sparta Prag ist mit insgesamt 32 Meisterschaften und 26 Pokalsiegen einer der besten Vereinsmannschaften in der Tschechischen Republik. Die zweite Mannschaft, AC Sparta B, ist nahezu genauso alt wie das Original und nahm gemeinsam an den ersten böhmischen Fußballwettbewerben teil. Dasselbe gilt auch für Wettbewerbe während der Zeit der CSSR, wo die Reserve von Sparta häufig mit von der Partie war. In der Saison 1970-71 qualifizierte sich die Reserve für den tschechoslowakischen Pokal und schaffte es bis ins Viertelfinale. Doch sensationell erreichte das B-Team das Halbfinale, wo es auf die eigene A-Mannschaft traf. Das Reserve-Team gewann tatsächlich das Spiel gegen die erste Mannschaft mit 2 zu 1 und stand somit im tschechoslowakischen Pokalfinale. Im Endspiel trat die B-Elf von Sparta gegen Skoda Pilsen an. Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel endeten mit einem Unentschieden. Nach einem 5 zu 5 im Elfmeterschießen wurde der Sieger durch einen Losentscheid ermittelt, wodurch die Reserve leider nicht zum tschechoslowakischen Pokalsieger 1971 gekürt wurde. Nummer 2 FC Levadia Tallinn 2 Der FC Levadia Tallinn ist ein estnischer Fußballverein, der insgesamt 10 Meisterschaften und 11 Pokalsiege verbuchen kann. In der Saison 2001-02 gelang es dem Verein aus Mardou sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mannschaft das estnische Pokalfinale zu erreichen. Auch wenn das schon allein historisch ist, schlägt die Reserve von Levadia die eigene Mannschaft mit 2 zu 0 und wurde estnischer Pokalsieger 2001-02. Als Gewinner des Pokals hatte sich die Reserve für den UEFA Pokal 2002-03 qualifiziert, schaltete jedoch in der ersten Qualifikationsrunde mit einem 0 zu 4 gegen Maccabi Tel Aviv. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen. Slavia Prag B 1897-1900, FC Balzers 2 2023, USV Eschenmauern 2 2010, Yong Pei Zwei 2008-09, 1. FC Kaiserslautern 2 1997-98, Palmeiras B 2005 und FC Honka 2 2007. Nummer 1. Real Madrid-Castilla 1980 Über den spanischen Fußballverein Real Madrid müssen wir gar nicht sprechen. Die Königlichen sind einer, nein, der beste Fußballverein aller Zeiten und haben demnach auch eine herausragende Reservemannschaft. Castilla ist die zweite Mannschaft des Champions League Rekordsiegers Real Madrid und spielt derzeit in der dritthöchsten spanischen Spielklasse. Im Jahr 1983-84 gelang es Castilla, die zweite Liga Spanien zu gewinnen. Allerdings durfte die Mannschaft aufgrund der Regelung, dass die erste und zweite Mannschaft nicht in derselben Liga spielen durften, nicht aufsteigen. Ein Turnier, in dem ein Aufeinandertreffen zwischen der ersten und zweiten Mannschaft möglich ist, ist der spanische Pokalwettbewerb die Copa del Rey. In der Saison 1979-80 ereignete sich ein Wunder, als Reals Reserve Teams wie Racing, Bilbao, San Sebastian und im Halbfinale Sporting-Girón ausschalten. Die zweite Mannschaft von Real schafft es tatsächlich ins Endspiel der Copa del Rey. Dort traf die zweite Mannschaft auf die erste Mannschaft und egal wie das Spiel ausgeht, Real Madrid wäre spanischer Pokalsieger. Die Reserve verlor zwar 6 zu 1 gegen das Original, aber da Real Madrid spanischer Meister wurde und bereits nächste Saison in der Champions League gesetzt ist, qualifizierte sich Castilla für den Europapokal der Pokalsieger 1980-81. Trotz einem 1 zu 3 Sieg im Hinspiel unterlag Castilla im Rückspiel die Hammers und schied bereits in der ersten Runde des Europapokals aus. Welche Begegnung fandet ihr am krassesten? Was ist allgemein eure Meinung zum Thema? Schreibt dies gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, warum sich brasilianische Fußballvereine so ähnlich sehen oder das vorhin erwähnte Video sehen möchtet, dann klickt hier in der Endcard. Like und abonniere nicht vergessen. Folgt mir auf Instagram, adnarefootball. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.